Was war das für ein Heimer in der Stadt? Unglaublich, was die da dieses Jahr gemacht haben. Wenn ich mit Leuten so geredet habe, jetzt die Letzten war, wie in Rosenheim war, was da für ein Heimer in der Stadt war und wie viele Leute auch jedes Mal im Stadion waren, auf so einer Ausführkraft, das war schon geil. Und da sieht man, dass Rosenheim halt der Eishockey-Stadion ist. Und dass nach vielen Jahren in der Oberliga das jetzt endlich geklappt hat, dass sie rum sind. Ich wünsche ihnen das Beste, das Allerbeste für diese Saison. Es war einfach nur geil, als Fan das mitzuverfolgen. Ich hoffe dann, dass ich nochmal ein Jahr, das war ja Torheim gekommen, und dann natürlich Rosenheim. Da bin ich sofort dabei. Wenn ich mich nochmal ein Jahr spielen lassen, dann spiele ich für eine warme Leberkasse mehr. Ja, das war ja. Ich bin jetzt da, aber da bin ich noch ein paar Jahre alt. Ja, das war ja. Ja, ich bin jetzt da. Und da war ja, ich bin jetzt da. Vielen Dank.